Hallo Leute, Servus, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie ihr bestimmt seht, ich bin heute auf der Waschanlage. Ich habe mir gestern zufällig angeschaut, wie jemand sein Wohnmobil gewaschen hat und das hat mir bewegt dieses Video zu drehen. Mir sind die Haare hochgekommen, wo ich gesehen habe, wie der Mann sein Wohnmobil mit der Bürste, mit der Waschbürste geschrubbt hat und seine Fenster und so. Und deswegen möchte ich euch zeigen, wie ich das mache oder wie ich damit umgehe, dass ich mein Fahrzeug sauber kriege und nicht dabei beschädige. Also viel Spaß mit dem Video und schaut euch mal das an. Ist bestimmt interessant. Wir haben auch noch viele andere Videos, die ihr euch dann auch angucken könnt und wenn ihr unseren Kanal abonniert, da könnt ihr euch alle vom Anfang an anschauen. Die sind selbstverständlich kostenlos. Und ja, vielleicht helfe ich euch meine Tipps. Vielleicht auch nicht, aber schreibt einfach Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Also dann fangen wir gleich an, sobald das Fahrzeug hier weg ist. Der fährt gerade weg und wir fangen dann gleich an. Bis gleich. So, mein Mann ist fleißig am Putzen. So muss es sein. Schade, dass er nicht zu Hause auch so putzt. So, jetzt muss das ganze Dach gewaschen werden. Und wenn das Dach jetzt sauber ist, kommen die Seitenwände. So Leute, ich bin jetzt auf dem Dach unserem Wohnmobil und werde ich das jetzt waschen hier. Warum ist es wichtig, das Dach zu waschen? Weil das Wasser, das fließt vom Dach runter, fließt seitlich runter und lässt schlieren, die dann richtig schwierig zum Waschen sind. Und Punkt eins, was ich jetzt bemerkt habe bei dem anderen Kollegen, der sein Wohnmobil gewaschen hat. Die Fenster hier aus Kunststoff sind, die nie mit den Bürsten bürsten. Nie. Ihr macht euch die stumpf und dann sieht es wirklich sehr schlecht aus, wenn die nicht mehr sauber Sonne durchlassen. Alle spritze ich einfach nur ab und dann mit feuchtem Tuch, mit feuchtem Tuch gehe ich drüber und die sind sauber und nicht verkratzen. Achtet drauf. So, als nächstes würde ich das bürsten. Das grobe Schmutz habe ich vorher abgespritzt mit Vorwaschprogramm. Und jetzt würde ich das bürsten. Und Leute, nicht vergessen, geht ihr ja nie mit der Bürste über die Scheibe. Sonst wird die stumpf und verkratzt. Und eine gewisse Zeit sieht die gar nicht mehr schön aus. So, ein großes Wohnmobil, das ist schon einiges zu tun da dran. Man muss den waschen und drinnen sauber machen. Und so geht es gerade weiter. Jetzt haben wir die vordere Scheiben. Die sind jetzt aus Glas. Die kann man ruhig mit der Bürste waschen, weil denen passiert ja nichts. So, die Frontscheibe natürlich auch. Oben das Dacheinsatz an der Scheibe ist ja sehr viel mit Mücken verschmiert und verdreckt. Deswegen muss man da etwas länger schrubben. Und die Scheibe natürlich auch. Und dann geht es weiter runter auf die Haube. Wenn man die regelmäßig wäscht und sauber macht, dann ist es eine saubere Sache und muss ja nicht arg lange schrubben. Ich mache einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren, tue ich die Haube vorne polieren. Und aus dem Grund ist es einfacher zum Waschen und immer sauber. So, nachdem ich das jetzt abgebürstet habe, tue ich jetzt das wieder abspritzen, mit Klarspielung, mit dem Abstand von ca. 30-40 cm. Also nicht ganz ran an das Fahrzeug gehe, sonst habt ihr dann das Problem, dass ihr euch die Dichtungen ausspielt und irgendwann wird der ja undicht. Und das mache ich jetzt mit der anderen Seite genauso. Das werde ich euch jetzt nicht alles zeigen. Erstmal grob abspritzen. Dann mit der Bürste bürsten. Und dann nochmal den Schaum abspritzen. Und die Sache ist erledigt. Das Wohnmobil waschen, das dauert so ca. eine Stunde. Mit Fensterputzen und alles, was außen zu machen ist. So Leute, und jetzt sind wir an dem dichtesten Punkt, was ich dem Mann schon fast an die Gurgel gehen wollte. Die Fenster, die Fenster. Nie mit Bürsterputzen, nie. Das ist Kunststoff, das ist ganz weich. Ihr macht euch Kratzer, ihr zerstört die Fenster. So ein Mikrofasertuch, ganz leicht feucht machen und nur in eine Richtung, nur in eine Richtung. Zack. Leicht feuchte Fenster. Feuchte Fenster? Ja, die sind noch feucht vom Waschen. Ach so. Einfach nur hin und her waschen. Guck mal mal das an. Ohne irgendwelche Mittel, ohne Chemie, ohne Schruben, ohne Bürsten. Das Wohnmobil ist jetzt mittlerweile sieben Jahre alt und wenn ihr sieht, die Fenster sehen wie neu aus. Richtige Pflege, brauche ich unbedingt, viele Mittel und so. Genauso gehe ich vor mit dem Glasfenster hier vorne. Ganz einfach gleiches Tuch dranlegen, trotz dass man die bürsten kann. und mit der Bürste drüber gehen kann. Und wenn ihr sieht, das ist jetzt im Moment noch ein bisschen nass. Jetzt war mein Tuch ein bisschen zu feucht. Jetzt drehe ich mal auf die andere Seite und wische ich es einfach nur drüber. Der Rest trocknet und die Scheiben sind perfekt sauber. Ohne Schlieren, schaut mal das. Und somit komme ich in jede Öcke, ob das jetzt Spiegel sind. Schnell und einfach, das war alles. In eins, dort ein Winkelspiegel, da kommt man gut dran. Eckspiegel, Eckfenster, auch genau das gleiche Problem, rauf und runter. Und das war's. So einfach ist es. Jetzt drehe ich es mal um und mache das Kiegel, fünster genauso. Und füllen wir nur in eine Richtung. Zack. 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 Jetzt noch auf der anderen Seite ein Spiegel, ein Sanksterkabin. Und somit habe ich das große Wohnmobil gewaschen innerhalb von einer Stunde. Ziemlich genau. Mit Fenster geputzt, Spiegel geputzt, alles was außen dazu gehört. Dach. Dach als erstes. Dach als erstes. Vorne hinten und die Seiten. Eine Stunde. Bei schönem Wetter macht es Spaß. Und wenn ihr das regelmäßig macht, zweimal im Jahr mache ich es. Dann habt ihr immer saubere Wohnmobile. Und wie ihr hier vorne seht, man hat hier gesehen schwarze Schlieren. Die sind mit dem Waschmittel von meiner Frau einfach nur weg. Ohne Chemie, ohne irgendwelche zusätzliche Mittel, die den sauber machen würden. Oh, der glänzt ja. Da können wir ja wieder wegfahren. Ihn wieder dreckig machen. So, damit haben wir es ja wieder. Wir werden noch weitere Videos drehen. Also. Und meine Kochvideos auch gucken. Ja. Daumen hoch. Und wenn euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Wir werden uns freuen. Und wir werden noch viele weitere Videos machen. Und ja. Vielleicht bauen wir uns eigene Wohnmobile. Mal sehen. Bleibt dran. Tschüss. Tschüss. Tschüss.